Vielen Dank für dieses wunderschöne 2019, für viele tolle Momente. Ich hoffe, dass wir in 2020 wieder so viele tolle Sachen gemeinsam erleben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, eine geile Party und kommt gut rein ins neue Jahr. Dankeschön, bis bald. Eure Marielena. On the road again Richtung Süden. Wir sehen uns heute Abend 21 Uhr, Tanne, Kirchweih in Tannbechhofen. Schmeißt euch in euer schönstes Dirndl und in eure Lederhose und dann lassen wir es richtig krachen nachher. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Marielena. Ciao. Ich freue mich auf den 18. Jänner. Wir sehen uns in Partystadel-Angermühle in Dorfstetten in Österreich. Großes Landjugendtreffen ist dort und liebe Landjugendtruppen, aufgepasst, kommt ihr in einheitlichen T-Shirts und nehmt dann der Verlosung teil. Gibt es richtig tolle Preise zu gewinnen und den Sieger erwarten außerdem 20 Kisten Bier. Also das wird ein feuchtfröhlicher Abend. Ich freue mich riesig drauf, wird eine geile Party. Und die Schuhblattler-Mädels aus Waldhausen sind auch dabei. 18. Jänner, Partystadel-Angermühle in Dorfstetten. Wir sehen uns. Hallo Freunde. Ich wünsche euch heute Abend eine geile Silvester-Party. Und natürlich für 2017 alles, alles Gute und viel Gesundheit. Ich freue mich schon auf alle Konzerte und darauf, den ein oder anderen von euch kennenzulernen. Macht's gut. Eure Marielena. Ich bin gerade am Weg nach Leipzig. Da ist heute Weihnachtskonzert. Da singe ich und Schnee fehlt leider noch ein bisschen. Aber vielleicht kommt er ja noch. Am Samstag dann zum Rhöner Advent in Kaltenlecksfeld. Wer Lust und Zeit hat, kommt vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit.